Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Was fällt dir zu Eugen Igel ein? Eugen Igel, oh, 97, Raspo Elmshorn. Hat er seine Truppe gegen uns heiß gemacht. Mir fällt mir dazu nicht ein, außer dass es eine Amateur-Ikone im Hamburger Fußball ist. Er ist ja auch unser Experte von ElbkigTV. Du darfst ihn gerne ganz kurz grüßen. Er würde sich sehr darüber freuen. Eugen, liebe Grüße von mir. Ich versuche die Mannschaft so einzustellen, wie du damals Raspo eingestellt hast. Schwedisch, günstig und schon zusammengebaut. Mieten Sie den Volvo XC60 ab 39 Euro pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017